Ich habe gerade 20 Minuten gewartet und habe einen Schüler gemacht und er sagt, es war noch nie so geil und ich habe noch nie so viel Power gekriegt. Ich jetzt? Ähm, nee. Nee? Ja. Du musst sagen, Alter, das ist so eine Power, die man hier kriegt. Das ist bei meiner Größe. Alter, bei meiner Größe, in was für eine Promotion bin ich hier wieder gefallen? Mit dir kann man keine Größe machen. Das war ganz ehrlich, guck mal, du kriegst gerade mal 50 Kilo oder so, wie du aussiehst, ne? Und haust eigentlich vor, guck mal, hau doch mal die ersten vier Dinge an. Erstmal ist 68, nur die Lohmann-Chamber, zweitens, ja, was war meine Sühne? Hau mal, die erste Aktion. Das ist nicht, warum ist das da raus, kann ich gar nicht anders sagen. Und ich meine, guck, man sieht das, das ist auch schon, wenn es 70, mit dem Moten war, mit dem Win-Party und so. Und hau da echt ein Front, ne? Und so muss das sein. Ja, 70, 50 Kilo. Wie lange machst du jetzt den Training? Fünf Tage? Nein, Quatsch, bist du schon ein paar Tage hier, ne? Also mit Unterbrechung, Corona-Unterbrechung, Altersteilzeit, na vier, vier Jahre, vier Jahre. Kommt mir vor wie vier Wochen mit dem Standard beim Verband. Also würde ich ja sagen, ich bin schlechter Trainer, das kann ich also nicht. Nein, du machst das ganz toll, das ist schon wirklich super. Na ja, also wenn ihr auch Bock habt auf sowas, egal welchen Alter, egal welcher Größe, wenn ihr im Front hauen wollt, UCC Hamburg, meldet euch einfach auf der UCC Hamburg Seite. Gibt es eine E-Mail-Adresse oder schickt mir eine Postkarte oder das glaube ich auch so, dass ich eine Telefonnummer, und dann kommt ihr ganz weit nach vorne, in dem Sinne. Da wollen wir in der Zwergengruppe, ne? Alter, Zwergengruppe. Danke.